Das Feriendorf Worrecken in der belgischen Eifel liegt in malerischer Umgebung. Direkt vor der Haustür, der Stausee von Bütchenbach. Ein paar Kilometer weiter das Hohe Fenn, ein einzigartiges Naturschutzgebiet. Familien, Schulklassen und Vereine können im Feriendorf sämtlichen Sportarten nachgehen oder ganz einfach mal die Seele baumeln lassen. Tauchen Sie ein in eine atemberaubende Naturkulisse. Stellen Sie Ihre Geschicklichkeit unter Beweis und erleben Sie garantierten Nervenkitzel. Üben Sie sich in Präzision und mentaler Stärke. Lernen Sie umwerfende Techniken. Powern Sie sich mal so richtig aus. Für Ihr leibliches Wohl sorgen unsere Küchenchefs in zwei Restaurants. Mit seiner 8000 Quadratmeter großen Liegefläche, seinem Sandstrand und seinem Aquapark lässt unser Fantastic Beach keine Wünsche offen. Mit unseren bestens ausgebildeten Sportlehrern können Sie Ihre Kenntnisse in einer Sportart vertiefen oder neue ausprobieren. Wir bieten mehr als 35 Sportarten an, bei denen Sie intensive Wettkämpfe bestreiten und aufregende Momente erleben können. Das Feriendorf Worreken ist der perfekte Ort für Amateur- wie auch Spitzensportvereine. Hier können Sie Ihre Trainingslager organisieren oder sich auf Meisterschaften vorbereiten. Die traumhafte Landschaft ist der ideale Ort für ausgedehnte Wanderungen oder Radtouren. Der Ravel Radwanderweg liegt nur 100 Meter vom Feriendorf entfernt. Familiengerechte Ferienhäuser, funktionale Gruppenunterkünfte, das Sporthaus mit seinen 28 Doppelzimmern und unser moderner Campingplatz bieten die optimale Unterkunft für jeden Geschmack. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Water, Sport and Fun – im Feriendorf Worreken Water, Sport and Fun – im Silik groundwater Water, Sport and Fun – im Feriendorfś Water, Sport and Fun – im Feriendorfzu Water, Sport and Fun – im Feriendorf